So, läuft gerade mal? Ja, tut sie. Ähm, willkommen zurück zu Petroas Mask. Ja, ne Woche Pause gemacht und jetzt geht's weiter. Äh, was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben den Stein zur Zeit gezogen und uns die Gronenhaut geholt. Sag mal hallo, Gronenlink. Moment. Boah, das sagt echt was. Ähm, ja, heißes Wasser. Das sind wir doch mal so nett und bringen dem Typen da vor der Höhle. Das, äh, hin. Ah, ha, ha, toll, ich hab nur eine Flasche. Äh, tschüss Fee. Es war nett, dich gekannt zu haben. Auch nochmal heute sollte nicht allzu lange werden, weil ich hinterher noch ein, zwei, ja, gut drei andere Sachen aufnehmen will. Wider weniger, was heißt, aufnehmen, Let's Test oder sowas, in der Art. Du hast die Flasche mit heißem Quellwasser gefüllt. Ich hab fünf Minuten Zeit, sonst wird sie ja zum normalen Wasser. Ist doch überhaupt kein Zeitdruck immer. Ähm, wo seid ihr, Kumpels? Du bist, nein, du bist doch nicht... Ach, man, oh, jetzt muss ich ja wieder synchronisieren. Ähm, du, du bist, nein, du bist doch nicht etwa der große Damani. Dann, wessen Grabmann habe ich dann errichtet? Bist du zurückgekommen, weil es in deinem Grab zu warm war? Bist du, das ist mir nicht zu erzählen? Ernsthaft? Ich berühre... Boah. Da, nimm das Wasser. Und weh, du tostet dich auf. Willst du wohl? Geht doch. Hoch, was ist passiert? Oh, geht es dir gut, Bruder? Du warst im Eis gefangen. Doch Damani hat dich gerettet. Ach, ne, wir zwei. Egal. Der große Damani? Spinnst du? Träumst du noch? Hast du das gehört? Der große Damani starb und liegt in seinem... Hey, Damani! Ich war auch erschrocken, aber... Es sieht so aus, als wäre der große Damani nicht tot. Doch, ich bin tot. Wirklich? Jetzt steht wieder ein Stern der Hoffnung am Himmel über dem Dorf. Großer Damani, bitte unternimm etwas gegen den Schneesturm, der von Picky Bärn ja kommt. Synchronisation ist auch nicht so meine Sache. Dann gehen wir mal ein neues Eiswasser holen. Ich bin unterwegs, war doch da irgendwo mal ein Stück Eis, das man wegschmelzen könnte. Aber ernsthaft, das ist für mich immer noch ein sehr makabres Grab hier. Ja. Nein. Falscher. Aber egal, nehme ich den halt mit. Äh, nein. Mitnehmen, hä? Nehme ich den halt ab. Gott. Du hast verstrittet heiß und köln Wasser gefüllt. Ja, habe ich. Ich denke mal, ich werde bis zum Anfang des Tempels spielen und dann, äh... Erst mal wieder Pause machen. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Für die ganze Woche dann, aber... Wie gesagt, wir kommen dann halt noch andere Sachen und... Schauen... Ob... Moment... Verdammt, äh... Wir wieder zu kommen, noch heute Minecraft aufzunehmen. Dann kommt das vielleicht noch jeden zweiten Tag. Und dann dazwischen könnten dann die Letztests kommen. Einfach nur so, ähm... Ja, da links setzt auch wieder die Maske auf. Ähm... Das wäre der nächste Zeitplan. Das Video ist zwar auch erst jetzt am... Mit Horror so kommen. Ja, ich habe noch... Ja, ich habe noch... Drei Parts oder so oder zwei und... Ja, okay, ja, Dienstag oder Montag. Eins und Beiden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, Kurve. Moment. Geh mal bitte... Äh, falscher Knopf. Ich kann schneller hauen. Eigentlich nicht, aber... Ich kann stärker hauen. Siehst du? Böser Wolf. Ähm... Warte mal... Was zum Teufel macht er da? Ähm... Ähm... Nein! Ich habe nur fünf Minuten Zeit. Ohaah... Okay. Die Aufnahme wird doch länger. Wenn ich schon sehe, wie das jetzt losgeht. Ich fühle mich gerade leicht verarscht. Aber auch nur ganz leicht. Ich hab doch 5 Minuten Zeit normalerweise. Und so lange hab ich von da oben her nicht rumgedrödelt. Das sind keine 5 Minuten. Ich guck's nachher nach. Oder weil ich ins kalte Eiswasser gefallen bin. Das könnte natürlich sein. Jetzt sah ich wieder ganz da hoch. Na toll. Gab's nicht irgendwie einen Seiteneingang? Weil irgendwie müssen die Gronen ja auch gekommen sein. Mal schauen. Natürlich nicht, der ist zugefroren. Herrlich. Na, klasse. Hallo, Eischollen. Ja. Finde ich auch ganz nett. Komme ich irgendwie da raus, denn ich hab Angst, dass ich jetzt Schaden nehme. Sag mir, dass ich da hoch kann. Nein, natürlich kann ich da nicht hoch. Warum sollte ich auch? Lass mich hier rauf, wenigstens. Wollte ich mich verarschen? Bah. So. Halt so, wie es soll. Und weiter. Ob ich da rüberkomme? Hä? Ja. Toll, jetzt brauche ich das Auge der Wahrheit wieder, oder? So. Ich lass es an. Kein Bock, jetzt ganz kurz zu drücken. Kletter, Link. Los, Kletter. Auf, auf und. Da hoch. Random Shit reingeworfen. Äh, ich will nicht mal kurz, welche Spieler es sein werden. So nebenbei, ähm. And yet it moves. Spectra Ball und Eversion, oder so. Eversion. Eversion. Keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Auf jeden Fall irgendwas, ähm, Englisches. Ha. So. Sind wir dann gleich mal da? Mal nach rechts. Ich schlafe gleich ein. Geht doch. So. Flasche wieder ausrüsten. Kronhaut. Dass es etwas schneller geht. Und los. Holen wir uns nochmal Wasser. Ich bin super motiviert, gerade merkt man. Los, gieß es auch so, trink es eins von beiden. Und, was, zum, muss ich extra hier hingehen? Ja, muss ich. Du, 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 ja, heißes Quellwasser. Und, wieder ab dahin. Was gab nehmen, runterhüpfen. Schaden nehmen. Höh. Höh. Äh, hätte ja klappen können. Das war kein Schaden. So. Wieder Krone und losrollen. Und diesmal nicht mit dem Wolf kämpfen. Wolf ignorieren. Wölfe sind böse. Oh. Sorry, Spinne. Beim letzten Mal habe ich dich bestimmt, dass ich Ritzen gehen, oder? Aber es war eine andere. Es war eine ganz am Anfang. Tut mir übrigens gleich im Nachhinein. Spinnen haben auch das Recht zu leben. Nur nicht in meiner Welt. So. Gieß das Wasser weg. Und dann geh ins Loch. Ja. Brava Hering. Äh, was? Brava Hering? Komm ich jetzt Fering? Oh Gott. Ich hab den Stream gestern Abend zu lang geschaut. Bzw. ganz, ähm... Äh, Brava Link. Ich hab mich auf Hering, verdammt. Gott. Boah. Ich zum Teufel bin ich auf Hering gekommen. Kann man es mal wieder sagen? Boah. Ganz ehrlich, ich sollte weniger LPs schauen. Und das Recht von ihm. Äh, ja, hier neu ist es jetzt was für irgendwas anderes. Heißt das Quellwasser? Ähm... Ähm... Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen da die Steine oder Eishaufen kaputt machen. Ja, das ist ein Eis offen. Und du gehst weg. Hör auf, nervt nicht. Ich hab gesagt, geh weg. Geh weg, hab ich gesagt. Ich brauch das heiße Wasser noch. Ähm, wo waren der Typ? War das hier? Ich glaub ja. Tut mir leid. So, ein Rubin. Ah, hab dich. Moment. Was? So. Ich wollte gerade sagen, kann ich dich nicht haben? So. Äh... Nicht zu dicht dran, auch nicht zu weit weg. Genau, ich stehe im Eis und werde jetzt mal nicht vereist. Mhm. Genau. Nintendo Logik. Äh... Äh...